Im Herbst 2017 hat GoB, Bau und Hobby unter dem Claim «Mir helfen machen» eine Kampagne gestartet, wo sich Kitas für einen von GoB, Bau und Hobby finanzierten Umbau haben bewerben können. Unter den über 330 Einsendungen wurde schliesslich eine Gewinnerkita ausgewählt, wo man bei den Umbaumassnahmen die drei Segmente, Haus, Garten und Hobby, vollumfänglich ausschöpfen konnte. Das Baselini in Basel hat nicht nur eine sympathische Bewerbung geschrieben, sondern ist mit seinen Räumlichkeiten in einer alten Bäckerei auch mehr als prädestiniert dafür gewesen, eine wesentlich kindgerechtere Ausstattung überzukommen. Mit einem Zeitfeister von fünf Tagen war das planten Umbauprogramm mehr als ambitioniert. Der Rasse hat neue Lampen und eine schattenspendende Pergola bekommen. Dort, wo die Kinder vorher auf Waschbett und Platten mussten krabbeln, wurde ein spielgerechter Boden verlegt. Eben so hat man die Terrasse mit einem arterreichen Bio-Kräutergarten samt Bewässerungssystem versehen und mit einem kleinen Gartenzaun zur Sicherheit der Kinder eingefriedet. Im Inneren der Räumlichkeiten haben wir die rutschigen Fliessen komplett gegen neue, wärmere und rutschfeste Bodenplatten ersetzt. Ausserdem wurden alle Wände, Decken und Türen gestrichen. Einige der Wände in blauen Akzent klingen. Über das hinaus hat man die Sanitäranlagen ersetzt, ein neues Garderobensystem eingebaut, sodass Kinder und Betreuerinnen jetzt zusätzlichen Stauraum für ihre persönlichen Sachen haben. In der gesamten Kita ist ein neues Lichtsystem mit dimmbaren Lampen montiert und die gesamte Elektrik kindersicher gestaltet worden. Und zu guter Letzt hat man das klubbige und wenig geeignete Kletterpodest vom Spielzimmer gegen Sinneswände und kindgerechtere Klettermöbel ausgetauscht, sowie die Bänke des Esszimmers neu geschreinert und lagiert. Alles in allem ist das Projekt Kita ein aussergewöhnlicher und aufmerksamkeitserregender Weg, der Claim, wir helfen zu machen, nicht nur zu erklären, sondern auf eine soziale, nachhaltige und charmante Weise zum Leben zu erwecken. Musik 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 Amen.